ja das machen wir noch mal dachte nicht dass wir die mit dem sand treffen kann das erste mal ja das spiel schon fast durchgespielt und jetzt treffe ich den das erste mal mit sand ja es ist mit einem heavy heart that I take on my father's mantle as governor of Akinash I had hoped for other circumstances than this odious murder but my desire to bring order to the atrium is more fervent than ever thank you my first decree was the introduction of a curfew for the elves my second decree will be to pardon all smugglers who are in our jails in these difficult times our race must close ranks and a human convict will always be worth more than an elf even disguised as an ambassador my brothers it's up to us the superior race to enforce our rights in the natural order of things and to combat degenerate species you my friend you really have some paying back to do yes you do good I shall take the first airship to go and swear allegiance to the Emperor and formalize my title upon my return the elves will be confined to the distillery the area will remain locked and will be overseen by one of my agents he alone will have access in my absence is that clear he's right an agent I must know who it is he must have the key companions it is with a heavy heart that I take on my father's mantle as governor of Akinash I had hope for other circumstances than this odious murder but my desire to bring order to the atrium is more fervent than ever you have our full support brother Aaron thank you my first decree was the introduction of a curfew for the elves my second decree will be to pardon all smugglers who are in in our jails in these difficult times our race must close ranks and a human convict will always be worth more than an elf even disguised as an ambassador my brothers it's up to us the superior race to enforce our rights in the natural order of things and to combat degenerate species bravo said you my friend you really have some paying back to do yes you do good I shall take the first airship to go and swear allegiance to the Emperor and formalize my title upon my return the elves will be confined to the distillery the area will remain locked and will be overseen by one of my agents he alone will have access in my absence is that clear he's right an agent I must know who it is he must have the key opposite direction I must know who it is he must have the key to come the world this is that clear he's in the own I do not worry about it but short anni Xi K Ich muss wissen, wer es ist. Er muss einen Geist haben. Jo Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Sticks Master of Shadows in einer neuen Aufnahme. Ah, wow, wow, wow. Wir müssen dem Aaron folgen und uns den Schlüssel besorgen, soweit ich das verstanden habe. Äh, wie machen wir das am besten? Der läuft da hinten rum. Letztes Mal, als ich hier war, bin ich hier lang. Ah, mein lieber Herr, sie kriegen jetzt immer Messer von mir. Jo, hat doch keiner bemerkt, ne? Oh, Käfer. So, Gott sei Dank nur einer, dann kann man die leicht ausschalten. Hier gibt es noch ein Messer, das wusste ich noch. Und dann muss ich hier rüber die Wache ausschalten, genau. Das Möglichste im Schleichmodus. Aha, da hinten ist Aaron jetzt, ja. Beim ersten Mal habe ich versucht ihn zu töten, darf man aber gar nicht. Denn er muss sein Ziel erreichen. Sonst passt die Story nicht. Am Schluss, so jetzt wirst du schnell sein. Schnell und leise töten. So, nämlich machen wir da das Licht aus. Und hier auch gleich. Damit wir den jetzt auch gleich kriegen. Denn hier kommt jetzt gleich der Ambussmann lang. Und solange es hier dunkel ist, sieht mich dann auch der andere Typ da drüben nicht. Oh, der gar nicht mehr da ist. Der Typ da, ja. Der sieht mich einfach nicht. Oh, hier machen wir Party. Leg dich dazu. Perfekt. Ähm, so weit, so gut. Ich speichere mal zwischen. So. Jetzt sollte man hier irgendwie schnell rauf, denn sonst zieht dich der. Mit mich gerade, das war nicht so gut. Und jetzt je nachdem, wo der Armbrust-Heini jetzt hingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Aber ich glaube, der guckt jetzt hier runter. Ah, okay. Ne, so ist es okay. Äh, denn wir müssen den Heini da, den müssen wir gleich ein Messer in den Hals rammen. So. Und dann den Armbrust-Heini. So. Das war schlecht gerade, denn eigentlich hätte ich das Messer später noch gebraucht. Aber naja, nützt dir nix. Gibt es hier oben vielleicht noch ein Messer? Ja, da steckt eins in dem Sandsack. Ach, der macht da seine Schießübungen. Ich will eigentlich nur das Messer. So. Ah, gut. Gut. Dann müssen wir weiter. Der Aaron ist inzwischen schon in seinem Versteck angekommen. Hier 53 Meter von hier. Wir müssen... Ah, das Mikrofon vielleicht ein bisschen zu weit weg. So ist es vielleicht besser. Hört man mich jetzt besser? Ich hoffe schon. Ähm. Wir müssen als nächstes hier da unten das Essen vergiften. Da warten wir jetzt kurz unterm Tisch, bis die zwei was genascht haben. In der Zeit werde ich schnell heimlich was trinken. Oh ja. Back da rum. Gut. Der eine, den hat sie sich schon erwischt. Genau. Und den machen wir manuell. So. Und von hier aus ging es jetzt wie weiter? Wie war das? Ähm. Erstmal speichern. Dann... Ah ja, genau. Da sind die zwei Ambrustschützen. Von denen ich glaube ich gar keinen töten darf. Das Licht kann man ja mal ausmachen, bis wir gehen. Nicht schubsen. Ich will ihn nicht schubsen. Ich will ihn nicht schubsen. Wenn ich ihn schubse, dann hört es der andere. Oh Gott. Das war schlecht. Ja. Komm, das machen wir nochmal. Ich dachte nicht, dass man ihn mit dem Sand treffen kann. Das erste Mal. Ja. Das Spiel schon fast durchgespielt und jetzt treffe ich den das erste Mal mit Sand. Ähm. Gleich nochmal. Das war jetzt witzig. Ich hoffe ich schneide das nicht raus. Aber das ist auch ein Problem von mir. Ich schneide auch Sachen raus, die ich eigentlich drin lassen will. Weil sie eigentlich ganz lustig waren. Und dann fehlt das irgendwie. Hey, der hat ein Messer. Das können wir auf jeden Fall uns schnappen. So. Ich muss kurz husten. Irgendwann muss ich mir so einen Mute-Knopf mal zulegen. damit das Gewuste nicht immer drauf ist. Was? Nein. Nein. Aber jetzt, jetzt geht's los, Leute. Jetzt, jetzt kommt das Gefähle wieder, ne? Das ist jetzt so der Moment, wo ich dann meistens einen Schnitt mache. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das drauf... Oh. Was? Hä? Wird er? Wahrscheinlich würde das auch gehen, ja? Ne. Geht natürlich nicht. Ist klar. So. Wir schnappen uns wieder das Messer von dem. So, machen wir das Licht aus. So. Und... Ja. Wenn der nämlich da runterfällt, dann ist Rambazamba. Dann kommen die aber ganz zu Wachen. Und das wollen wir nicht. Wie kann ich den jetzt da weglocken? Achso, ja, genau. So. Geht doch gut. Gefahr, 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 Gefahr. Schnapp mit den Jungs. Oh, oh, oh. Oh. Knapp gewesen. Ja, genau. Mach du das Licht an. Dann. Ähm. Speichern wir mal. Das hat ja gut geklappt. Lass mal hier rüber. Ähm. Wie war das? Ach ja, genau. Ähm. Den da hätte ich ausschalten. Oh. Ja, hätte ich ausschalten müssen. Geh nochmal das Licht anmachen, da. Ja. Ich geh nochmal das Licht anmachen, da. Hm. Hm. Das Event getriggert hat. Wir machen es jetzt aber umgekehrt. Sonst sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ich meine, die Folgen müssen ja nicht alle so lang sein. Was? Yo. Yoga. Hier ist Yoga am Start. Ähm. Und zwar hier. Der Hebel. Da müsste da unten das Tor öffnen. Ja. Tut das auch. Kann ich wieder was trinken? So. Ausgezeichnet. Hm. Hier machen wir jetzt das Licht aus. Damit den keiner findet. Und. Ähm. Ja. Dann gehen wir rüber. Ah. Da hinten ist einer. Hab ich gesehen. Kann ich den vielleicht? Nicht? Mit nem Messer vielleicht? Von hier? Zack. Nice. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Was mach ich? Da komm ich nie wieder rauf, ne? Ja. Hm. Oh Gott. 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 Das war's für heute. Jo, und jetzt, wo das Tor da unten offen ist, machen wir jetzt das Licht aus. Der Yogamann, den verstecken wir auch. Komm. Am besten hier den Korb vorn. Gesicht. Oh, schade. Jetzt habe ich ihn zerstört. Ach. Jahrelang ist Yoga-Training umsonst. Auf jeden Fall. Brauchen wir jetzt gleich ein Wurfmesser. Hör den Herrn da drüben. Und dann hier. Speichern wir schnell. Müssen wir einmal rüber. Ja. Perfekt. Den findet da eh keiner. Dann hier zum Versteck. Und dann hören wir mal zu, was die da unten zu sagen haben. Das ist ja auch ich. Ja. 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 Take the keys and hide them! And if they play the hero, destroy one of their cocoons to restore order. Most of all, keep the keys to the distillery in a safe place, so that there's no overzealousness in my absence. Understood, boss. I'll look after this bunch of keys as if it was my third testicle. Shame to let Barryman's son get away, especially with me wondering what the superior race tastes like. So, ja, ähm, das heißt, wir müssen jetzt zur Destiller, oder Destillerie, wie sagt man das? Destillerie? Ich glaub schon, oder? Am besten kommen wir dahin, indem wir, also zuerst versuche ich mal da drüben die Münze zu holen, ne? Auch wenn ich sonst fast keine Münze geholt habe im Spiel. Die Münze hätte ich gern. So, nämlich. Gut, und als nächstes könnte ich mich ja einfach hier runterfallen lassen. Ja. Gut. Jetzt schleich mal. Schleichi, schleichi. Wo waren hier Haken an der Wand? Genau. Jungs, schlaft weiter. Hier ist nix. So, nämlich. Perfekt. Da ist noch ein Haken. So. Und da haben wir auch schon einen Ausgang in die Destillerie. Und ich würde sagen, das war's für eine Folge. Danke fürs reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Würde mich natürlich sehr freuen. Immer wieder, wenn ich neue Gesichter sehe auf meinem Kanal. Auf jeden Fall. Jo. Tschüss. Alles 5 5 5 6